Hallo, heute bin ich hier auf dem Campus und möchte ein paar Studierende finden und fragen, wieso ihr erstes Semester verlaufen ist. Dabei möchte ich sie auch nach den besten Studententipps fragen für euch und da bin ich schon gespannt, was auf mich zukommt. Also los geht's! Hi, was studierst du hier an der TU Darmstadt und in wievielten Semester bist du aktuell? Ich bin jetzt aktuell im achten Semester, komme dann nach den Semesterferien ins neunte Semester und studiere Wirtschaftsingenieur mit der Fachrichtung Schienenburg. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der TU. Ich komme jetzt mittlerweile schon ins neunte Semester. Wenn du jetzt an deinen Studienstart zurückerinnerst, hören dir da so ein paar Sachen ein, die dir vielleicht besonders einfach gefallen sind oder auch vielleicht besonders schwer? Was einfach gefallen ist, ist mir das Prokrastinieren und schwer gefallen, mich selbst zu organisieren. Aber das lernt man dann mit der Zeit. Spätestens nach der dritten, vierten Klausurenphase weiß man dann, wie es läuft. Auf jeden Fall echt wichtig war es, dass man in der O-Woche so viel wie möglich probiert mitzunehmen. Auch immer die Tutoren fragt, wenn man Probleme hat. Und sonst gibt es ja auch verschiedene Institutionen, die man fragen kann. Man kann in einem Moodle-Forum nachfragen oder so. Oder auch, dann gibt es auch immer WhatsApp-Gruppen, in die man reinfragen kann. Vielleicht war es ein kleiner Herausforderer, in dem Anfang zu verstehen, wie alles funktioniert. Zum Beispiel das System, wie TUCAN funktioniert, wie MoveOn funktioniert. Aber ich habe nur gefragt, und die Leute waren glücklich, sich zu helfen. Also die Herausforderung war geschlossen. Und ja, und wenn ich im dritten Semester war, haben wir uns wieder helfen, die gleiche Fragen hatten, wie wir ein Jahr vorher hatten. Habt ihr ein paar Tipps für die ersten Semester? Das Wichtigste ist, glaube ich, würde ich sagen, dass man Lerngruppen bildet. Wir kannten uns vorher schon, deswegen war das ganz gut. Wir haben uns immer verabredet, zum Beispiel in der Bibliothek. Und haben halt immer Uhrzeiten ausgemacht, um dann in den Semesterferien sich nicht ablenken zu lassen. Und ja, irgendwie das Pensum auch erfüllen zu können, weil, damit man früh genug anfängt und dann auch das wirklich macht. Auf jeden Fall Lerngruppen, dass man viele Kontakte knüpft. Einfach Leute ansprechen, wenn man in der Bib ist oder so. Kontakte knüpfen, das hilft immer auch aus anderen Fachbereichen. Und ja, einfach an der Uni präsent sein. Und you can always find help. It's just that probably don't be shy to ask for help and to tell when you don't know something. Because there are always people who have an answer for you. Sometimes it takes you some time to find the right person who can give you an answer. I would recommend to use all the possibilities that to give you. For example, if you still struggle with academic writing, there is a special writing center. If you would like to learn the language, there is the language center. And there is a sport and many, many students' formations. And you can definitely find something up to your taste. And just dive into it. Das war's erst mal. Nachher geht's weiter. Also bis dann. Das war's erst mal. Das war's erst mal. Also bis dann. Das war's erst mal. Und dah. Das war's erst mal. Vielen Dank.